Bodo, hast du Lust auf einen spontanen Scherzanruf? Wenn ich jetzt nein sage, bin ich ein Spielverderber. Ja klar, ja. Was machen wir? Ähm, rufen wir zum Beispiel Pizzeria an. Pizzeria, ja. Das ist eigentlich eine einfache Geschichte. Rufen wir an und stellt eine Pizza ab. Wir können es probieren. Hast du eine? Hier in Berlin wird ja eine gäbe. Ja, nebenan. Spontan haben wir da eine liegen. Ja. Wie heißen die? Lassen wir gerade gucken. Das ist, äh, wo ist der Name? Trattoria La Cucina. Ah, die heißen ja alle klar. Traktor, Traktor Cucina. Okay. Gut. Du hast die Nummer? Ich hab die Nummer. Okay. Eine Pizza. Wer hat Hunger? Mal Handzeihe, dass man weiß, wie viel wir brauchen. Wir würden vielleicht für alle bestellen dann gleich. Ja, sollten wir machen. 480. Wer möchte Pizza? Einfach Arm hoch. Ist das laut? Wer möchte Pizza? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Oh. Nee, vielleicht nicht. Moment. Hallo. Papa will auch eine. Habe mal raus. Geh klar. Okay. Ist das die Kat? Das ist die Kat. Genau. Das ist die Kat. Das ist die Kat. Das ist der live. Bitte leise sein, alle. Och nee, wir sagen schon, dass wir hier um die Ecke sind. Der geht halt nicht dran. Der hat so viel verdient heute schon. Der hat es nicht mehr nötig. Seit die Italiener Weltmeister sind, mache die nur noch, was sie Lust haben. Pizza Frutti. Ja. Hallo. Buongiorno. Wo bin ich da? Pizzeria di Cucina? Ja, Cucina, ja. Ja, mein Name ist Bach. Ich hätte gern ein Problem. Ich bin bei einem guten Freund, beim Sanjay im Kukabura. Und wir sind eine größere Gesellschaft. Ich bräuchte so 40 Pizza. Es ist mir leid. Wir haben leider schon geschlossen. Unser Koch ist ein Schwender. Der Koch ist ein... Was war? War es Gesundheitsamt da? Oder warum ist er weg? Hier und mal bitte, ja? Ja. Vielleicht finden Sie ihn ja noch. Könnte auch eine alte Pizza sein, wo ihr noch Umfliege habt. Ja, bitte. Hallo. Buongiorno. Buongiorno. Spreche ich mit dem Chef von der Cucina? Okay. Restaurant der Pizzeria di Cucina. Ja. Mein Name ist Bach. Ich bin hier im Kukabura Club. Das erste Mal. Ich bin ein Hesse. Und das erste Mal in Berlin. Und man hat mir gesagt, sie hätte die beste Pizza in ganz Berlin. Und da wollte ich eine bestelle. Jetzt ist der Koch aber nicht mehr da, ne? Nee, leider nicht mehr. Habe Sie noch eine alte von gestern oder so, wo noch, bis sie, dass man die nimmt? Nee, das sind alle weg. Nee, kann ich die... Nur Salat. Vielleicht ich mal selber einen Salat und bitte sie ein mit Brot. Ja, das wäre die Idee. Und wenn du unter den Salat noch ein bisschen Teig machst, haben wir es doch. Dann ist es Pizza Rucola. Ja, das machen wir. Pass auf, du kennst den Sanjay? Ja. Ja, ist ein guter Freund von mir. Und dem fällt das eh nicht. Du bist ein Inder. Das geht ja gar nicht auf dich. Dann nehmen wir das mit dem Salat. Wir sagen einfach Pizza Rucola dabei. Können wir die bestellen? Nein. Bitte? Bitte? Ein Salat. Ja, das alles, ja? Ja, ja, wenn der Koch nicht da ist, hat es ja keinen Sinn. Dann nehme ich noch die Möbel vielleicht. Oder was habt ihr noch zu verkaufen? Nee, dann den Salat. Pizza gibt es nicht mehr. Nee, nee, nicht mehr. Auch den Salat kann ich auch selber machen. Kein Problem. Ja, das ist super. Ich esse ja gern dieses, wie heißt das, mit alten Socken. Habt ihr das? Nee, ich habe nur hier Salat. Kann ich mit Anbietern, mit Tumpfisch oder Schafskäste vielleicht. Ah, Schafskäste. Das mag ich gar nicht. Ja, das nehmen wir. Und ähm, äh, alte Socke, Adischsocke heißt. Habt ihr das auch? Hast du das? Bitte? Hast du Adischsocke da? Adischsocke hab ich da, ja klar. Ja, mach die doch auch dabei. Auch ein bisschen dabei, ja? Ah ja, ein bisschen süßes Senf. Was halt. Du, wir nehmen Pizza de la Casa. Alles, was auf dem Bruder rumflegt. Ist doch egal. Fähig zusammen, da freut sich der Koch. Also, machst du uns das? Ja. Was kostet der Salat? Problem. Bitte? Ja, das ist das Problem. Ich sitze hier und ich arbeite hier und ich kann jetzt nicht weg. Du müsst es schon bringen. Ja, mach's schön in so'n Pizzakarton, dass es nicht so auffällt. Gibt's, ab wann, mir ist das ja egal, ich muss ja nicht essen, ab wann gibt's eine Flasche Wein umsonst dabei? Ja, ab, ab, ab zwei Euro. Ab was? Ab zwei Euro gibt's eine Flasche Wein dabei. Das wird ein schöner Fusel sein, ab zwei Euro. Ja, so ein Lambrusco mit Schraubfischluss oder irgendwas. Hauptsache es brennt und macht schwindelig. Ja gut, sonst hätte ich noch ein bisschen Werbung gemacht. Hier sitzen ganz viele Leute. Berliner, ich kann jetzt nochmal sagen, Pizzeria, Trattoria, Cucina und was du alles da noch auf der Katte hast. Ist die beste Pizzeria in ganz Berlin? Das war jetzt Werbung, ne? Ja. Das kostet 40 Euro, das heißt, ich kriege jetzt von dir noch 38. Nein, pass auf, wir machen es so, wir bestellen das schön in den Pizzakarton, Flasche Wein dabei und dann kommt vorne einer nach vorne, der Sanjay, der bezahlt. Ja gut, das war ohne Pfand, aber. Ohne Pfand, auf den Karton willst du auch noch Pfand, du bist ein Schlaumeier. Gut, hör mal, ich muss Schluss machen, ich verabscheue mich erstmal, ich wünsche dir noch einen schönen Lebensabend und wenn der Koch wieder raus ist, dann geht es mit dem Lade wieder bestimmt weiter. Dann macht er da keine Sache. Die vom Ordnungsamt sind da manchmal streng, da hol sie ihn weg, aber der kommt wieder. Also bring den Salat und den Wein. Okay. Wie heißt du? Franco. Fabio, ich bin der Bodo und du machst einen sehr korbulenen Eindruck. Jetzt bedanke ich mich und bis nachher. Dankeschön, tschüss. Ja, so, das müsst kommen. Wir gucken mal. Meine und Herren, Bodo war. Meine und Herren, langsam wird wieder Winter und Tage werden kurzer, Nächte werden länger. In Schweden ist fast gesamte Zeit nur Nacht und ich habe mich gefragt, was machen die Schweden, wenn es so eine lange Nacht ist. Natürlich, die ziehen nach Süden, nach Spanien, nach Portugal oder irgendwo und dieser Künstler, der wollte eigentlich auch nach Spanien, aber seine Geld ist nur gereicht durch Berlin und deswegen auch hier geblieben.